hi liebe leute und herzlich willkommen zum weiteren video von the division 2 wir haben ja letztes mal ein paar standorte platt gemacht und haben ja auch diese eine tochter gerechnet gerechnet gerettet und position 49 10 prozent und und man mehr und auch komisch an jetzt geht's sagt das ging jetzt hier hat sie fahrt sie so was können wir denn machen wir im safehaus oder da irgendwie ich gebe es so viel jetzt hier ich werde nicht schon eingesammelt ach komm geht euch ruhig da ja hinter mir und so uncool was macht die da ich stehe aber der einzige nicht mehr aufsteht bist du wo denn ach da wird mir so angezeigt ich glaube nicht dass wir noch mehr tragen können noch nicht mal diese medikamente die wiegen nicht viel das gewicht ist nicht das problem es ist einfach zu viel bist du sicher dass wir das hier lassen ich kann emotionen verschwenden hier 182 schon besser als sie glaube ich ne halt gar nicht ach komm wir machen mal die gärten auf den dächern eines wohnkomplexes befinden sich gärten das theater könnte darin lebensmittel anbauen vertreiben sie die hyenas von dort und sichern sie die gegend aber sicher doch ich hab doch gerade eh frei egal ja du hast dich selbst in die luft gesprengt und ähm das sieht auch echt nicht sehr gesund und bequem aus das ist ja schon gemacht ja das grün ein buntstift ein buntstifte was ist denn das so in deutsch ein buntstifte hätte gern ein buntstifte oder einen säcke reis hier ist jemand für sie den sie kennen er will direkt durchgestellt werden ich möchte mich bei ihnen bedanken so zack das waren schon mal vier ein stoff tier was auch hier muss ich rein jetzt wird anders machen wir das einfach mal hier was muss ich denn hier machen was ist das nicht hoch da oben irgendwo zeigt aber wie komme ich da hin ganz oder hoch gehen und jetzt schon wieder gewittert ist denn immer hier los echt da kommt ja nicht hoch ist denn die ach so allerdings ist egal seit jetzt regnen ich ich kann es sein dass sie immer noch lebt und das ist ich fasse es nicht mama immer gesagt ich wäre eine kakerlake dachte sie meint ich sei schwer zu töten bezweifle ich sind das deine freunde stelle ich dir vielleicht vor aber erst nachdem ihr geredet so geheimnisvoll was bist du jetzt OGA genau darüber wollte ich mit dir reden ich habe einen neuen arbeitgeber und der sind leute gute basis gefahrenzulage boni und du arbeitest mit echten profis ja und für wen würde ich arbeiten leute denen dieses land wichtig ist mhm das angebot kommt nur einmal oder es haben die zeit rennt das willst du dir nicht entgehen lassen ich habe einen eid geleistet und dabei bleib ich eine kakerlake versteht das vielleicht nicht tja das ist verdammt schade du wärst ein echter gewinn wir sehen uns scheiße das hoffe ich nicht cool da ist das grün haben wir ja gerade gemacht also jetzt ist unser nice dann machen wir erstmal die neben Mission da ich dachte schon ne was steht da denn zweimal keramik zu 1 2 2 2 2 2 1 2 2 Ich muss eigentlich nicht hier. Das coolen Gangster, wie Knarre schief hält. Meine Güte ey. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ah, von hier aus! Halt mich gar nicht hin! Da muss irgendwie nach oben kommen. Kannst du da nicht hoch springen? Ja gut, dann nicht! Gut, hier komme ich nicht weiter. So muss ich ihn wahrscheinlich doch killen und dann komme ich weiter. Der zeigt sich ja nicht, der Sack. Ich sehe feindliche Aktivitäten in der Nähe eines Pools auf dem Dach. Sieht aus, als würden die Hyannas aus einer der benachbarten Wohnungen agieren. Ach, und suchen sie von dort aus weiter. Ja gut, da habe ich eine ziemlich gute Schuhe gekauft. Knüpp! Oh, 64! Zack! Soll ich sehen was Neues hier? Ja gut, da brauchen wir unbedingt mal Neues Gewehr. Was? Eine Kinderjacke. Ohne Witz, was soll ich damit? Ein Solartaschenrechner. Eeeh... Ich muss hier aufpassen. Das hat dich nicht auch. Das vertreibend ist nicht hier. Nichts oder? Ich muss hier aufpassen. Ja vain. Ohne Witz. Dann hat mich nicht aus... Aber das stimmt. Was haben sie denn jetzt hier gemacht, ey? Einfach mal den halben Flur weggebombt, ey. Manche Leute, ne? Sollte man einfach nix anfassen lassen. Sollte man einfach nix anfassen? Jemanden, der dich erschossen hat. Jemanden, der dich erschossen hat. Uh, Scharfschützer. Hm? Bamm drauf. Mach ich halt alle auf einmal. Auf dem Weg halt platt. Okay, das war's. Nee, ich bin immer noch irgendeiner, irgendwas, was da jetzt einmal hier ist. Uncool. 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 Immerhin gibt's eine Munitions-Tour. Immerhin. Links, rechts. Kann ich auch nicht, doch. Meist. Mhhh. Feinde sind in Ihrer Nähe. Da verstecken sich die meisten Hainas. Dringen Sie durch diese Seite des Kontextes vorordentlich ansehen. Dringen Sie durch diese Seite des Kontextes vorordentlich ansehen. Boom Level Up! Komm, zeig dich! So was? Wo komm ich denn da hin? Wieso? Ja. Wieso? 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 We 보일 nicht noch. Wieso? Wieso? Wie geht es? gehen sie dahin und bringen sie die sache zu ende alles klar weil das nicht erst mal hier die gute durchdrucken ich gebe dir immer noch eine coole waffe oder so das war so klar zack 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 feierabend aber die sachen wollen hier gehst du da jetzt so hoch haben wir hier und sonst gehst du gut für mich jetzt nicht verbraucht fünfzehn weiß nicht was das heißt muss doch jetzt irgendetwas kommen drink das 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 wird Theater sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 gesehen geht doch da weg der findet du mag schon jetzt kann ich einmal komplett hier auch Ehe alle weg die Sachen, nein doch nicht. Echt jetzt? Guckt jetzt hier raus. Töten. Töten. Hm. Okay, jetzt habe ich einen Reh getötet. Was? Echt? Die sind weg? Wer bin ich nochmal? Ich muss jetzt schnappen! Ich deck dich! Was? Und cool. So, die ist dämlich. Die Vision-Tech jetzt endlich holen. Oh Mann, habe ich einen gekillt. Wow. Oh, hier gibt es noch. Öh, war ich hier nicht schon? Propagandener-Sendung. Da unten. Zack. Da haben wir diese komische Propaganda gedöhnt hier. Oh, das ist gar nicht weggekommen. Das hier ist eine Form und das hier ist weg. Und das hier ist eine Form und das hier ist noch kurz, bevor wir euch noch umleben. Ihr habt keine Ahnung mit... Dein schlimmster Albtraum. Dock dich doch. ich stehe ganz schön scheiße hier schießt du denn hin einkommen was ich hier gefunden hab nichts nichts naja so liebe leute ich muss sagen ich bin hier mal das video ich hoffe euch hat es gefallen und mir macht es immer noch spaß macht viel bock das spiel obwohl ich hier wegen so einer dämlichen gedörns immer sterbe seid dann gerne wieder beim nächsten video mit dabei und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag bis dahin und tschön mit Öl wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch mal ein like oder ein kommentar da vergesst nicht mich zu abonnieren wenn euch meine videos gefallen ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag bis dahin a Bis zum nächsten Mal.